ARD Text im Auftrag von Funk 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 Aufsammeln, weißt du schon. Stimmt. So, geh jetzt mal dahin. Oh nein, ich werde das aufpassen mit Sammeln. Ja, die haben die Stadt aber auch verkürzt. Wenn du es gemerkt hast. Was, die haben die jetzt verkürzt? Ja, das Brutale ist ja jetzt da. Eigentlich war da noch so ein kleines Tor, dann ein kleiner Weg bis zum Brotard. Achso, ja, stimmt. Mami hat schon geladen. Kai! Der Kai! Ich hasse den. Ich meine Kai. Ich muss nicht zum Kai, ich muss zu dem Typ da. Achso, du hast eine andere Geschichte. Wahrscheinlich... Dann ist er wirklich glücklich. Das ist eigentlich gar nicht so eine Missgeburten, wie ich ruf und so ein Boah, beste Deutsche, egal. Missgeburten. Ähm, Missgeburten. Please remember to keep you warm. Okay, ich muss jetzt da rüber da hin. Ich meine Skills, ich habe meine Skills noch gar nicht eingesetzt hier. Oh, das ist gut. Äh... Achso, ja, was machen wir? Wir müssen nur noch mal machen. Ähm, ähm, ähm... So würde ich immer gleich... ... im Reise so... ... wenn wir uns wegsetzen, dann war da voll easy machen wir das jetzt. Oh, mach scheiße. Oh, das ist so scheiße. Dann geht's aber langsam mit dem Level. Ja, egal. Mach mal schon. Pisse, fütt euch an! Ich lasse jede meine Emotionen raus. Pisse, fütt, aah! Pisse, fütt. Pisse, fütt. Pisse, fütt. Ich mag deine Klasse, aber ich benutze sie nicht. Sie benutzt nicht. Sie benutzt mich. Sie benutzt mich, äh, äh! Pisse, fütt, fütt. Ist was. Pisse, fütt. Ich stech dich ab, ey. Ich stech dich voll in den Arsch. Voll in den Arsch rein, Alter. Ich füsste dich, mein Mann. Und nicht mit deinem Zauberstab. Ja, mit deinem Buch. Oder mit der Ecke so. Mit der Ecke. Ja, füsst du das Auto. Ähm, Kirsten. Schlitz. Schlitz. Komm, steh doch ab. Schlitz. Schlitz. Was für Schlitz. Schlitz. Ähm, hatte mein Hand auf Blatt gesagt. Oh, Werbung. Oh, das haben wir gepusht. Hahaha. Ähm, wie hoch ist es jetzt? Fast halb zwei. Nachts. Nachts. Hm, ne, ich bin schon aber müde. Ich auch. Halb zwei Mittag. Das ist echt von spät schon. Was? Hahaha. Ich muss schon Mittagschlaf halten. Na, ich guck mal, ob ich aufgeregt den Mittagsslachtmacher, also mal schauen. Mittagsslachtschlaf. Mittagsslachtschlaf, nur ein bisschen schlafen und dann direkt da aufstehen. Da war kein Geld drin, ihr Hurenzlacht. Und Fässer, ihr fickt eure Eltern, was? Ihr Fässer. Fässer, ich fickt eure Mutter, Alter. Ja, voll in die Holzerarsche. Haha, voll in die Holzerarsche. Das war der Hoden-Ficker. Oh, der Hoden-Ficker. Ja, das... Ne, letztens hat er unsere Hoden geklaut. Letztens hat er unsere Hoden geklaut. Hat das voll gepasst, Alter. Mein Hoden-Ficker. Es sind ja schon mal gespielt. war ich nicht lustig ob sie sind schon geöffnet noch nichts und so ist auch so ist auch so ist auch so ich kriegte die gestalten und wenn ich das hier wieder wenn ich diese blinde typen wieder in die Zukunft der Maske oder so tut oder so was sehen die Worte verschwindet einfach so alt und manns muss damit wurden Oh, der ist so leck. Ich will noch mal Attacken mit irgendwie drauf fahren. Oh, hab ich auch. Mein Gott, und ich hab's nicht gemerkt. Ich bin auch schon irre. Ich benutze einfach meine ganzen Attacken nicht. Oh, ne, ich kenn schon die ganzen wilden Fights. Gold, 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 Gold. Whatfuck, schau mal, du hast eins gewürfelt, ne, von hundert. Es gibt ja eins von hundert, ich hab null gewürfelt. Kämen A und du? Ja, ich auch. Okay, nein, das war fair. Aber Mann, was wärst du? Ich nehm auch mal zwei. Ach, nö! Ich hätte eins fehlen sollen. Du hättest einfach gar nichts fehlen sollen, dann hättest du auch aufgekommen. Das bekomm ich jetzt. Verdammtisch. Nicht immer alles auszusammeln, dann kann auch Ausfüßtung sein. Wie gesagt. Komm schon. Alter, ne? Ja, okay. Okay, Alter. Ja, 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 ja. Okay, der wird aber eher aufgeteilt, das ist scheißegal. Wir kommen zuvor, dass gerade die ganze Zeit das gleiche Lied drin ist. Ne, das ist für mich voll scheiße. Ne? Ja, das ist gleich Lied. Mano! So, jetzt sind wir wieder. Ich hab was getan, dass wir wieder neue Lieder haben. Weil ich hab keinen Bock, die ganze Zeit das neue Lied. Ah, das nervt. Warum ist mir nicht vorher nicht aufgefallen? Warum müssen wir jetzt hin? Wir müssen jetzt nochmal... Was ist denn da? Ah! Tch! Was willst du? Magik ist die Art von Ancient Power. Pfff! 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 Ich muss noch nix machen. Pffh! Oh, ich hab wieder das Gift-Teiler... Du wisst doch noch das Gift-Teiler... Ja, Und ich das Gift irgendwie Monsterariver. Ja, ja! Oh, ich hab glaube ichị finer 100%. Nein, das muss ich noch hin. What's wrong? What's wrong? Oh, ne. Lisa leckendärer David... Oh, heisst du, wirklich? Was? Naja, vielleicht hast du auch Post bekommen. Vom legendären David. Warte... Nö, ich glaub keine Post bekommen. Nö, ich hab Post vom legendären David bekommen. Guck, ich hab doch jemand gesagt, dass ich legendär bin. Ja, aber das soll da schwule Huren sein. Du Suck. Nö, ernsthaft, das ist wohl scheiße. Also ist er ein Handlanger von der einen Pusse, der weiße Ringe. Und das war doch so klar, dass immer die in den Beinen da immer so scheiße sind. Seid froh, dass du nicht Kevin heißt. Okay. Bist du bereit, ne? Ja. Kevins für Kevins. Was? Noch nicht. Was? Kevins? Von Kevins für Kevins. 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 Oh, ich tisch das fast halb zwei. Egal. Egal. Wie, ich lebe. Oh, okay. Ich weiß, dass du mich gerade angreifen bist. Ich fang dein Buch. Ja, ich fang sie von der Seite an. Es wird kalt, Baby. Es wird nur ein. Du wolltest nur einen Hoden, aber kein Hoden-Sack. Du hast auch nur einen Hoden-Sack. Nein, ich meinte... Zwei Säcke und das sind... Nein, ich wollte nur ein Ei, meinte ich. Oh, Sack. Oh, es gibt ganz falsch. Mit der Spiele sehe ich irgendwie voll flüssig. Ja, die Spiele ist echt flüssig geworden. Letztes Mal hat es immer gepackt, wo es so war. Aber meine, äh... Standardbankrufe Standardbankrufe waren. Warte, warte, komm mal, schlag mal die... Die... Mal schlag mal nochmal. Man sieht richtig, dass es... sehr gut gemacht ist. Was ist das? Ne, teine Straftatik meinte ich. Wo dumm, wohra, wohra. Ja, ich mache'se. Keiner neun. Ich weiß aber nicht, wer ich das sitzt, das hört. Na, und du einfach... Mann, ne Kette. Ich bin eh immer Stahlpust, du. Ja, und dafür nehm ich noch weh. Das noch Kisten... Wenn da nix drin ist, dann leck ich die Muskeln. ja ich meine dann die Stin wenn man schon vor sich steht genau neben dir aber da stehen die Fässer und da ist nix drin und dann kommt nicht der Hoden-Sackmann Kommissar Hoden-Sackmann ich weiß ja nicht, das hat sich verändert wer stimmt da kam das immer da hat er unser Hoden-Sack immer weggenommen äh ne, ne hat er uns so Ei weggenommen naja, was war ich? so Gift, 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 Gift den rechten Hoden genommen ja aber dann hat er ihn weggenommen und dann hab ich gesagt, und er hat schon gesagt, ne, dann hat er gesagt, dass er ihn irgendwie annehmen soll ne, der Kita geht jetzt weg und nicht ihn an das ist auch so weg, wo beleidigt zu haben ja ich glaube immer rampiiii da ist noch ein paar nein, ich wünsche es, hm hm ff 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 ich habe einen neuen Skin gehabt komm da bitte bitte da was oh ich habe sogar einen Skin oh man da ist nie was drin weil das alles für mongos sind ich gucke mal einen Skin ich habe einen neuen Skin oh jetzt ist was drin jetzt hat er mich gemacht ich bin deswegen auch gar nicht kaputt auch wenn da irgendwas drin ist so wenig dass es sich gar nicht lohnt ja stimmt ja dann lass es lieber auch um nichts es ist ja auch nicht ja guck 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 jetzt muss man rücken er ist ein zweiter Hohn ist auch sein seine Nase wie ist es nicht? oh guck nicht aber man sieht es doch irgendwie ich bin mir sogar schmerzt was mache ich da immer? Wut! ich habe zu viele Hände flottgeschoben Push! so alle mehr zu stören, komm! jetzt kommt der Hodi, oder? kommt der Hodi? 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 oh der Hodi kommt, oder? ja, Hodi kommt, warte, komm! ja, Hodi kommt, warte, komm! ja, ich wusste es! und zum Hodi? das ist mein Hoden das ist mein Hoden das ist mein Hoden mein Hoden, ich habe ihn wiedergefunden ich will ihn zuhause annehmen ich will ihn zuhause annehmen ich will ihn zuhause annehmen so ich will ihn zuhause annehmen so, und dann das war mein Hoden ja, keine Ahnung ich weiß es noch, ich weiß es noch ganz genau der kam so rein ah, ich habe meine Hoden wiedergefunden und dann, die da zuhause annehmen das war mein Hoden ich habe mich nicht mehr ich hab mich nicht mehr ich hab mich nicht mehr HH! das war nicht das! ja toll hat sich voll gelohnt ja, Mann schau ich mir die erste an ja, ich will jetzt lieber die vier ach, Mann, no! das ist doch schon scheiß ich hab Gold ich weiß es, ich bin gut schnell einsammeln, schnell einsammeln ich hab mich nicht mehr zack zack wow, ich hab die Hösung bekommen Nö, 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 nö nö, 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 nö mach die Kistenmannhof da ist gar nichts anderes Ruf, ff ja, 6 Kupfer Tö, 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 tö tö, tö, tö tö, tö mh, ok, ok G, wer das ist Warte, geht es überhaupt, warte? Oh, Kusch! Ahahaha, ich bin behindert! Hallo! Was haben wir tun? Okay, genug, Uwe und Uwe, äh, dann hat Zinger da gesagt. Ich kann kein Deutsch mehr machen. Warte, ich kann noch freundlich werden, warte, 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 warte. Ah, warum ich hier eine Frau bin? Ich kann es nicht auswählen, leider. Ob ich einen Mann bin oder eine Frau. Na, eigentlich fühlst du Cazel hier... Wie eine Frau, bloß... Du bist so behindert, du bist so behindert, das glaubt man kaum. Ja, aber warst du dann eine Frau? Guck, du... Du regst dich raus, weil du weißt, dass du die Frau bist. Na, ich wollte einfach mit dir gehen, dass du nicht alleine bist. Guck nur weit, guck! Ich will keine Kälte. Warte, 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 warte. Nacht, machen wir nur ein. Boah, so sitze ich auch immer, echt. So aus dem Stuhl, so. Also vielleicht dauert es bis mal wieder zurück. Leute! Hier ist es beim nächsten Part von Let's Play Dragon Quest. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ja... Da... Möchtest du bitte was sagen, was... zu den... Leuten da draußen sagen? Oh. Oh. Pissed eyes! Sie waren ein Hopel operatisches. Gude drauf, du schiste aus.